Schön, dass ihr wieder reinschaut bei smartwatch.de. Heute werfen wir einen ersten Blick auf den Garmin VivoFit Junior. Das ist ein Fitness-Tracker, der etwas, sagen wir anderen Art, für euren Nachwuchs zu Hause bietet jetzt nicht nur die normalen Funktionen, die man von Fitness-Trackern kennt, sondern für eure Kleinen auch noch einige Extras, um sie anzuspornen, sich mehr zu bewegen oder Sport zu machen. Was hier alles dabei ist und einen ersten Blick auf den eigentlichen Fitness-Tracker und noch mehr Infos dazu, das gibt es jetzt bei uns im Video. Starten wir unseren ersten Blick wie immer mit der Verpackung. Es handelt sich hier um einen Fitness-Tracker für Kinder im Alter zwischen 4 und 9 Jahren. Das sieht man hier auf der Front schon mal sehr gut. Wir schauen uns heute die grüne Variante an. Technisch sind alle Vasianten baugleich, allerdings gibt es noch zwei weitere Farbvarianten. Grün sieht es so aus. Es gibt noch eine rote und eine weiße mit Blumen drauf. Also hier hat man ein bisschen Auswahl, was das ganze Design anbelangt. Da kann also für jedes Kind der richtige Fitness-Tracker sich geordert werden. Dann wie immer, Verpackung natürlich passend zum Fitness-Tracker in derselben Farbe gestaltet. Grün hier das Ganze. Dann natürlich, das Teil hat eine sehr lange Batterie-Lebensdauer. Es ist Spritzwasser und auch wasserfest allgemein. Ihr habt einen Haufen Funktionen. Wir haben hier auf der Seite einige Bilder. Zum Beispiel, ihr könnt hiermit Ziele einprogrammieren, die euer Kind erreichen soll. Dafür erhält es dann Belohnungen. Dazu erzähle ich aber nachher noch ein bisschen was. Dann auch hier, so sieht die App aus. Die App gibt es unter anderem für Apple, iOS als auch Google, Android. Im App Store einfach mal gucken. Da kann man die sich dann runterladen, wenn man einen Nachwuchs zu Hause hat. Alles überhaupt kein Thema. Und hier gibt es auch noch mal ein paar Bilder zur eigentlichen App. Was ich auch sehr cool finde, wie wir nachher noch sehen werden, der Fitness-Tracker hat auch so ein bisschen ein Muster. Vom Design her hat das Ganze natürlich kinderfreundlich gehalten und sehr hübsch. Da sieht man hier schon mal, wie das Muster aussehen kann. Und jetzt würde ich sagen, machen wir die Verpackung doch einfach mal auf und schauen uns an, was da alles drin ist. Schauen wir uns an also, was ist alles in dieser hübschen Kartonage. Um das Ganze aufzumachen, einfach oben die Lasche rausziehen. Zack, zack. Und schon kommt man ins Innere. Da ist erstmal natürlich dabei ein Handbuch sowie noch ein weiterer kleiner Guide. Das ist interessant, wenn man das Teil hier zum ersten Mal benutzt. Da sind viele interessante Infos drin. Ein Blick hier rein lohnt sich also immer. Allerdings viel interessanter, das ist ganz klar der eigentliche Fitness-Tracker. Der kommt sicher gelagert zu euch in dieser kleinen Kartonage. Hier Handbücher packen wir gerade mal auf die Seite und den kann man dann einfach hier rausnehmen. Und man sieht hier schon das sehr schicke und coole giftgrüne Design. Das schauen wir uns jetzt natürlich genauer an. Kommen wir zum eigentlichen Fitness-Tracker, dem Vivo Junior von Garming. Vom Design erinnert er hier ein bisschen an einen Gecko, einen Chamäleon oder so irgendwas in die Richtung. Das soll für Kinder sehr ansprechend sein. Wir haben jetzt hier die grüne Variante. Wer es lieber in Rot mag oder vielleicht auch Weiß mit Blümchen, wie angesprochen, diese Varianten gibt es. Die Varianten könnt ihr bei uns im Shop genauer ansehen. Preislich bewegen wir uns hier grob bei 70 Euro, je nachdem welches Modell ihr da haben möchtet. Kommen wir noch kurz zu den technischen Daten. Es handelt sich um einen Fitness-Tracker für Kinder. Das heißt, der ist mit einem Gewicht von 17,5 Gramm natürlich relativ leicht. Wir haben hier ein 0,39 Zoll Großdisplay mit einer Auflösung von 64x64 Pixeln. Ich habe das hier auch mal angemacht. Hier sieht man das ganz leicht. Das Display ist einfarbig gehalten, tut allerdings der Funktionalität überhaupt keinen Abbruch. Weiterhin ist er wie angesprochen wasserfest. 5 ATM, das heißt auch schwimmen oder sowas ist mit dem Teil hier überhaupt kein Problem. Eine weitere sehr coole Besonderheit, es ist hier ein Akku integriert, der bis zu einem Jahr hält. Das heißt, lästiges Laden oder auch Batterie wechseln entfällt hier fürs erste Mal komplett. Weiterhin sehr interessant, der gesamte Fitness-Tracker bzw. das Armband ist aus Silikon gefertigt. Das unterstreicht zum einen mal die Wasserfestigkeit, zum anderen auch die elastische Verarbeitung. Das heißt, das Material passt sich an das Handgelenk eures Kindes an. An der Verarbeitung selbst gibt es absolut nichts auszusetzen. Alles hochwertig und auch tiptop verarbeitet. Kommen wir noch zu einem sehr, sehr weiteren interessanten Punkt. Das ist ganz klar, es ist kein normaler Fitness-Tracker oder auch einfach eine normale Armbanduhr, wie wir jetzt hier sehen, sondern es bietet neben Funktionen wie einem Schrittzähler oder auch einer Schlafüberwachung sowie einer Inaktivitätsbenachrichtigung auch noch ein sogenanntes Belohnungssystem. Was es damit auf sich hat, Jun, das würde ich sagen, schauen wir uns kurz an. Das Belohnungssystem, was sich Garmin hier für ihren Kinder-Fitness-Tracker ausgedacht hat, finde ich ein sehr interessanter Punkt. Die Eltern selbst können Aufgaben erstellen und dafür entsprechend auch Belohnungen. Aufgaben jetzt als Beispiel mal, putzt das Waschbecken, putzt das Fenster. Dafür erhaltet ihr zwei, drei, vier, fünf Goldmünzen, wie man das hier als Währung im Fitness-Tracker beziehungsweise in der dazugehörigen App eingespeichert hat. Wenn das Kind die Aufgaben erledigt, dann kann es mit den Münzen Boni freischalten oder eben auch Belohnungen. Das ist zum Beispiel übernachten bei einem Freund, Eis essen. Das sind jetzt nur Beispiele, das können die Eltern hier selbst festlegen, was sie da machen möchten. Das ist ein sehr interessantes System, das soll das Kind zum einen motivieren, sich zum Beispiel mehr zu bewegen. Bei Fitnesszielen zum anderen soll es auch einfach dazu animiert werden, ein bisschen vielleicht schon im Haushalt zu helfen, wenn es ein bisschen älter ist. Das ging früher nur mit Papier und Stift. Heutzutage geht das Ganze dann, wie wir jetzt an diesem Beispiel hier sehen, schon digital. Wenn ihr mehr Infos zu dieser sehr interessanten Sache möchtet, dann schaut ihr aber am besten auf smartwatch.de vorbei. Da gibt es schon einen ausführlichen Test zu diesem hübschen Fitness-Tracker von Garmin. Ansonsten ist es auch sehr interessant, ihr könnt hier familienintern quasi ein bisschen Fitness-Wettbewerbe ausführen. Wer hat die meisten Schritte, wer hat dies, wer hat das. Das soll zum einen nicht nur den Nachwuchs animieren, sondern auch noch die Eltern. Somit tut man sich hier quasi selbst immer mal wieder zu ein bisschen mehr Bewegung verhelfen. Finde ich ein sehr interessantes Konzept. Wie angesprochen, wenn ihr mehr Infos zu diesem hübschen Fitness-Tracker hier möchtet oder euch einfach nur die anderen Farbvarianten ansehen wollt, dann schaut auf smartwatch.de vorbei. Den direkten Link zu diesem Fitness-Tracker, den findet ihr wie immer in der Videobeschreibung hier unten drunter. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche euch und natürlich auch vom gesamten Smartwatch-Team ein schönes Osterfest. Wenn ihr noch auf den letzten Drücker vielleicht ein Geschenk für euren Nachwuchs sucht, werft einen Blick auf diesen Fitness-Tracker. Wir hoffen, das Video hat euch wieder gefallen und ansonsten sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Wir hoffen, das Video hat euch wieder gefallen.